Ach ja, diese Musik. Aber ja, willkommen zu meinem Let's Roleplay von Elder Scrolls 3 Morrowind. Und ja, es ist ein Let's Roleplay und kein Let's Play. Das heißt, ich habe mir einen Charakter ausgedacht, welchen Hintergrund er hat, welche Charaktereigenschaften er hat und werde dann das machen, was für ihn am meisten Sinn macht. Nicht Powergaming, nicht durch die Gegend springen und dabei Zaubersprüche sprechen und so weiter und so weiter. Das heißt, wir spielen einen gewissen Markus Sittikus. Das ist einer vom Kaiservolk, der als Straßenjunge bisher sich durchgeschlagen hat, aber ein ziemlich gerissener ist. Also er ist nicht derjenige, der durch die Gegend läuft und Leute verprügelt, um an Geld zu kommen, sondern versucht eher, die Leute um sich herum zu manipulieren und zu beeinflussen, dass sie das machen, was er gerne hätte. Aber er hat auch keine Probleme damit, sich zwischendurch mal die Hände dreckig zu machen. Solange es nicht unbedingt an ihm hängen bleibt. Also er versucht schon, mit weißer Weste davon zu kommen. Beim letzten Mal ist es ihm jedoch nicht ganz so gut gelungen, weswegen er auch in den kaiserlichen Kerker geschmissen wurde. Und von dort aus wurde er jetzt nach Morrowind verschifft. Aber das gucken wir uns einfach direkt mal im Intro-Video an. Viel Spaß! Viel Spaß! Sie haben euch aus dem Gefängnis der Kaiserstadt gebracht, erst mit der Kutsche und jetzt mit einem Schiff. Im Osten liegt Morrowind. Fürchtet euch nicht, denn ich wache. Ihr wurdet auserkoren. Aufwachen. Wir sind da. Warum zittert ihr so? Geht es euch gut? Wacht auf. Steht auf. Es geht weiter. Ihr habt geträumt. Wie lautet euer Name? So, wir sind Markus Sittikus. Und wenn ich wir sage, mache ich den Charakter an sich. Ich meine mich als Spieler. Ich meine dich als Zuhörer. Und alle anderen Zuhörer auch. Also ziemlich viel wir. Nun, nicht einmal der Sturm der letzten Nacht konnte euch wecken. Ich habe gehört, wie sie sagten, dass wir Morrowind erreicht haben. Ich bin sicher, dass sie uns jetzt gehen lassen. Still. Da kommt die Wache. Hier steigt ihr aus. Kommt mit mir. Jawohl, denn wir wollen keinen Ärger. Wir wollen ja möglichst gut auftreten. Also, dass wir jetzt gerade aus dem Gefängnis kommen, ist zwar keine sehr gute Startposition, aber das kann ja alles in Versehen gewesen sein. Warum wir jetzt allerdings nach Morrowind verschifft wurden, ist sehr skurril. Und dieser Traum eben gerade auch. Aber na gut. Auf das Deck. Versuchen wir das so friedlich wie möglich ablaufen zu lassen. Jawohl. Geht runter zum Dock. Da wollen sie euch haben. Man wird euch das Büro der Zensuskommission zeigen. Ähm, ja, aber was ist das da? So was haben wir auch noch nicht gesehen. Vor allem, dass es direkt neben der Stab ist. In Ordnung. Weiter gehen. Ja, ja, wir werden gedrängelt. Na gut. Runter da. Ihr seid endlich angekommen. Aber in euren Unterlagen steht nicht, woher ihr stammt. Hm, wir wurden also schon erwartet. Na gut. Wir sind einer aus dem Kaiservolk. Und ein recht gutaussehender dazu. Das macht das Manipulieren ja doch ein wenig einfacher. Großartig. Folgt mir zum Büro. Dort kümmert man sich dann um eure Entlassung. Ah, Entlassung klingt schon mal sehr, sehr gut. Aber warum werden wir hier entlassen und nicht in Zirudel? Hm. So, noch mehr Wachen. Oh, das sieht wertvoll aus. Äh, aber nicht ablenken lassen. Ah ja, wir haben euch erwartet. Wir müssen eure Daten erfassen, bevor wir euch offiziell entlassen können. Es gibt einige Möglichkeiten, aus denen ihr wählen könnt. Ja, wir füllen die Formulare selber aus. Und da gehen wir derart vor, dass wir ihm die Sachen aufschreiben, die wir nicht so gut können. Also wir schreiben ihm halt auf, wir sind ein durchschnittlicher Kämpfer. Wir können gut mit stumpfen Hiebwaffen umgehen und so weiter und so weiter. Damit er kein außergewöhnliches Bild von uns hat. Eigentlich sind wir allerdings spezialisiert auf die Diebeskünste. Sind vor allem charismatisch und geschickt. Unsere Hauptfertigkeiten sind natürlich die Wortgewandtheit. Aber auch die Sicherheit, also Schlösserknapp. Dann noch Langwaffen, also wir kämpfen primär mit langen Schwertern. Und wir haben uns in unserer Kindheit etwas mit schweren Rüstungen beschäftigt. Das passt zwar eigentlich nicht zur Diebeskunst, aber man ist ja nicht immer auf Beutelzug. Dazu können wir aber ebenfalls auch noch mit leichten Rüstungen umgehen. Also die schweren Rüstungen können wir primär tragen, weil wir auch schon mit dem Gedanken gespielt hatten, der Legion beizutreten. Also nicht, weil wir so ein herzensguter Mensch sind und gerne die Weisheit des Imperiums in die fernsten Zügen der Welt tragen wollen, sondern primär, weil es da jede Menge Möglichkeiten gibt, Leute abzuzocken. Also wenn es hier einen Ableger davon gibt, wovon wir einfach mal ausgehen, spielen wir auch mit dem Gedanken, denen beizutreten. Solange wir als freier Agent beitreten können und nicht unbedingt tagelang Wache schieben müssen. Aber gut, weiter zu unseren Fähigkeiten. Wir können ebenfalls recht lange und ausdauernd laufen, sind akrobatisch veranlagt, können gut feilschen. Wir können uns mit keinerlei Magie beschäftigen, denn wir haben nicht die magische Gabe. Das ist übrigens eine Sache, die bei jedem Elder Scrolls Spiel bisher nicht so war. Die magische Gabe, also die Fähigkeit überhaupt Magie zu sprechen, ist nicht selbstverständlich, aber wird natürlich dem Helden immer mitgegeben. Hier in dem Let's Roleplay will ich mich allerdings beschränken. Unser Held hat die magische Gabe nicht, das heißt, er wird nie einen Zauberspruch sprechen können. Ich werde dennoch zwischendurch Zaubersprüche lernen, aber einfach nur deswegen, damit wir später Artefakte herstellen lassen können für uns. Einfach, weil es die Spielmechanik ist. Das heißt, unser Charakter lernt dann nur die Runen, schreibt sie sich auf und wenn er dann irgendwo zu einem Verzauberer geht, dann drückt er ihm halt die Runen in die Hand und sagt, ich hätte gerne das und das und das und das. Aber selber Sprüche sprechen wird er nicht können. Ebenfalls wird er keine Alchemie betreiben, weil es halt zu kompliziert ist, das zu lernen. Also wir haben dann noch den Nahkampf. Also im Faustkampf ist er auch nicht schlecht. Er versucht es zwar zu vermeiden, aber wenn es mal dazu kommt, ist es schon ganz praktisch, sich auch ohne Waffe verteidigen zu können. Also Wortgewandt, Schlösserknacken, Langschwerter, Schwere Rüstung, Leichte Rüstung, Athletik, Akrobatik, Falsch, Nahkampf und zu guter Letzt Dolche vielleicht noch. Oh, wir haben noch keinen Schleichen, richtig? Richtig. Dann nehmen wir doch mal die schweren Rüstungen weg, nehmen dafür Schleichen hier hin und die schweren Rüstungen da wieder dazu. Das heißt, er ist primär wirklich einer, der auf leichte Rüstung spezialisiert ist und auf Schleichen und halt andere Diebeskünste. Aber er kann auch mit schweren Rüstungen umgehen, um halt später der Kriegergilde und der Legion beitreten zu können. Einfach nur, dass er den Schein wahren kann. Denn wenn man nur als Dieb rumläuft, wird sich zu schnell eine Meinung über ihn gebildet. Ja, und das müssten wir eigentlich sein. Sehr gut. Nun in dem Brief steht, dass ihr unter einem bestimmten Zeichen geboren wurdet. Unter welchem Zeichen genau? Das wäre der Schatten. Nicht, dass das irgendwas über unseren Charakter aussagen würde. Aber es ist schon ganz praktisch, sich, falls irgendwas mal schief laufen sollte, sich kurzfristig unsichtbar machen zu können. Interessant. Nun, bevor ich diese Papiere abstemple, stellt sicher, dass die Informationen auch korrekt sind. So, Markus Sittikus vom Kaiservolk. Wir sind ein Abenteurer, geboren aus dem Sternzeichen der Schatten. Das ist richtig. Wir haben recht durchschnittliche Werte. Wir sind noch nicht besonders willensstark. Aber dafür außergewöhnlich charismatisch. Wir sind sehr wortgewandt. Können einigermaßen Schlösser knacken. Ja, so weit, so gut. Zeigt eure Papiere dem Hauptmann, wenn ihr geht und das Entlassungsgeld bekommt. Oh, Entlassungsgeld. Das klingt sehr gut. Also einmal, dass wir verfrüht freigelassen werden, wenn auch auf einem anderen Kontinent. Und dass wir dafür noch Geld bekommen. Vielleicht denken die ja wirklich, dass sie einen Fehler gemacht haben. Aber warum haben sie uns da nicht da freigelassen? Na gut, das Papier nehmen wir erst mit und gucken uns auch gleich mal an. Entlassung genehmigt durch Erlass von Kaiser Uriel September 7. Im Distrikt Wadenfeld der Provinz Morbent. Name, Rasse, gezeichnet Sucutius Ergala. Agent der Kaiserlichen Zensus und Steueramtes. Seydanin. 16. Letzte Saat, 3. Ära, 427. Seydanin. Hm. So muss diese Stadt oder Dorf oder was auch immer das hier ist heißen. Na gut. Geht zum nächsten Gebäude und sprecht mit Zellus Gravius. Zellus Gravius. Jawohl. Hm. Keine Wachen. Aber wir sollten hier auf keinen Fall irgendetwas mitgehen lassen. Denn wissen die nämlich auf jeden Fall, dass wir es waren. Sonst war hier ja keiner. Was haben wir denn hier? Riska. Denkt nicht, ich hätte unsere Wette vergessen. Macht mir diesen Dolch bis zum Morgen so scharf wie eine Rasierklinge. Ganz jell. Hm. Sieht nicht besonders scharf aus. Also wurde wohl noch nicht erledigt. Oha, was zu essen. Auf jeden Fall besser als diese Pampe, die wir im Gefängnis bekommen haben. Auch wenn das Fleisch komisch schmeckt. Oh, und Silberbesteck. Die denken auf jeden Fall, die haben Fehler gemacht. Hm. Die Flasche können wir aber bestimmt mitnehmen. Die war doch eh für uns gedacht. Und wenn wir sie jetzt nicht trinken, können wir sie vielleicht verkaufen. Das sieht wie gutes Zeug aus. Ah, das machen wir mal. So. Magen ist gefüllt. Dann wollen wir mal zum nächsten Haus. Ah, Sonnenlicht. Sehr schön. Also wir waren zwar nur ein, zwei Wochen im Gefängnis, aber trotzdem vermisst man sowas doch recht schnell. Oh, was war denn das? Da funkelt doch was. Ärmel hochkrempeln und einmal reingreifen. Und da, ein Ring. Hm. Das wird bestimmt einer Wache vom Finger gerutscht sein beim Waschen. Das fällt garantiert nicht auf, wenn wir mitnehmen. Sehr schön. Wir werden entlassen. Wir kriegen dafür auch noch Geld und haben einen Ring gefunden. Der Tag fängt gut an. Du musst Celus Gravius sein. Lasst mich als erstes eure Papiere sehen. Danke. Die Kunde eures Kommens hat mich erst gestern erreicht. Ich bin Celus Gravius, aber meine Herkunft ist unwichtig. Es ist meine Pflicht, euch in Morrowind willkommen zu heißen. Deine Pflicht, hm? Hm, na gut. Wir sind also in Morrowind. Ja, ihr seid in Morrowind. Ich weiß nicht, warum ihr hier seid. Oder warum ihr aus dem Gefängnis entlassen und hier verschifft wurdet. Doch die Autorisation kommt direkt vom Kaiser Uriel VII. Uriel VII. persönlich. Und mehr als das muss ich nicht wissen. Wenn ihr dieses Kontor verlasst, seid ihr frei. Doch bevor ihr geht, habe ich hier einige Instruktionen in Bezug auf eure Aufgaben. Moment mal. Wir sind frei, aber wir haben Aufgaben. Das widerspricht sich ein wenig. Hm. Instruktionen vom Kaiser. Also hört aufmerksam zu. Dieses Bündel kam mit den Neuigkeiten über eure Ankunft. Ihr solltet es zu Kajos Cossades in die Stadt Balmora bringen. Geht in die Südwaldtaverne und fragt nach Kajos Cossades. Man wird dort wissen, wo er zu finden ist. Dient ihm, wie ihr dem Kaiser höchstpersönlich dienen würdet. Und ich habe außerdem einen Brief für euch und auch noch ein bisschen Geld. Malmora liegt nördlich von Seydaniden. Geht durch Pelagiat, an der Festung Pelagiat vorbei, über die Schlucht vorbei an... Ach du gute Güte. Vorbei an der Mondfalterfestung, nach Westen, über den Odai, nach Balmora. Das Südwall ist im Südosten von Balmora, östlich des Flusses. Für eine genaue Beschreibung müsst ihr mit dem Kundschafter Ilone in Arilles Handelshaus hier in Seydanien reden. Oder... Ihr seid neu hier. Nehmt den Schlickschreiter nach Balmora. Schnell, günstig, sicher. Über die Brücke und dann ostwärts. Nicht zu verfehlen. Hm... Schlickschreiter? Schlickschreiter transportieren Passagiere und Fracht zwischen den Siedlungen Wadenfeld hin und her. Der Preis hängt von der Entfernung ab. Schlickschreiter sind riesige Insekten. In den Panzer der Kreaturen wird eine Kabine für Passagiere und Fracht gehüllt. Die Führer lenken das Tier durch direkte Manipulation der freiliegend... Das wollen wir gar nicht hören. Schlickschreiter verkehren zwischen Altruhn, Balmora, Seydanien, Suran, Genissis, Molagmar, Magan und der nördlichen Anlegestelle von Vivik. Sehr, sehr viele Namen. Also, wir müssen nach Balmora zu einem gewissen Chaos Corsades. Und wir können darüber Informationen erhalten in der Südwald-Taverne, die im Süden von Balmora liegt. Und wir sollten noch einen Kundschaft ausfragen in Arillis Handelshaus hier in Seydanien. Okay. Dann leb wohl. Und auf in die angebliche Freiheit. So. Frei von der Zensuskommission, aber nicht frei von unseren Aufgaben. Das klingt nicht gut. Was, wenn wir jetzt einfach durchbrennen? Wir wissen nicht, wo wir sind. Wir würden nach ein paar Tagen erwähnten sterben. Und es kann ja nicht schaden, wenn wir das Paket da abliefern. Und wir sollen irgendwelchen anderen Aufgaben wahrscheinlich danach noch nachgehen. Na gut, sie können nicht von uns erwarten, dass wir jetzt sofort dahin marschieren. Wir müssen uns ja erstmal hier umhören, auch bei diesem Kundschafter. Also machen wir das am besten auch gleich mal. Ja. Ja, sie sind trotzdem überall wachen. Die uns bestimmt auch im Auge behalten. Und es scheint ein ganz schön kleines Dörfchen zu sein. Ist da hinten ein Leuchtturm? Na gut, wir sollten erstmal zu diesem Arillis Handelshaus. Das wird dann wohl das hier sein. Was sagt das Schild? Ganz ruhig, meine Damen. Das hört sich nicht sehr gesund an. Nee, komm mir bloß nicht zu nahe. Du bist bestimmt krank. Ah, das sieht doch wie ein Händler aus. Sehr schön. Willkommen in Arillis Handelshaus. Ich tausche gegen Waren oder Münzen. Ich habe auch eine kleine Auswahl an Zaubersprüchen zu verkaufen. Nix für uns, leider. Kein Kredit. Möchtet ihr einen kurzen Ratschlag? Der ist gratis. Das ist alles, was gratis ist. Möchtet ihr etwas über unseren beliebtesten Tränke wissen oder unsere beliebtesten Schriftrollen? Wir würden erstmal gerne den Ratschlag hören. Wenn ihr ein hohes Alter erreichen wollt, kauft euch eine Waffe und so viel Rüstung wie möglich. Und meint dennoch jeden Ärger. Und übt eure Fertigkeiten, aber nicht an Bürgern. Ähm, okay. Das wäre heimtückischer Mord. Tötet so viele Schmuggler und Banditen, wie ihr wollt. Banditen haben keine Rechte. Viele Abenteuer verdienen ja Auskommen damit, Banditen zu töten und auszublündern. Zum Beispiel dieses Schmugglerpack unten in Adamasatus. Die Höhle in der Nähe des Schlickschreiter-Plattformen. Hm. Oh, wir haben kaum Ausrüstung. Aber es ist schon mal gut zu wissen, dass da Schmuggler sind. Für später. Hm. Können wir uns ein wenig bei dir einschleimen? Wir bewundern dich mal. Ich weiß, Markus Sittikus. Ich glaube das auch. Es tut gut, das von euch zu hören. Sehr schön. Also er lässt sich wohl recht leicht beeinflussen. Und wir versuchen mal unsere Flasche loszuwerden. Wie viel gibst du uns dafür? 63 Draken. Hm. Na gut. Was brauchen wir zuallererst? Wir bräuchten ein Schwert, würde ich meinen. Ah. Ein Silberkurzschwert. Für 80 Draken. Das ist schon eine schicke Waffe. Aber es ist halt ein Kurzschwert. Hm. Eisendolch. Eisenbreitschwert. Claymore ist zu schwer. Ah, da wird es wohl das Breitschwert sein müssen. Jedenfalls fürs Erste. Und was haben wir noch? Wir haben noch Schettin-Handschuhe. Komisches Material. Aber nicht sehr teuer. Und wir haben hier immer noch unsere 87 Draken. Also nehmen wir die auch mal mit. So. Kosten hätten wir bisher 13 Draken. Hätten wir also noch 74. Wir haben keinen Brustpanzer. Den nehmen wir also auch noch. Fehlt jetzt nur noch eine Hose. Aber da hatte anscheinend keiner im Angebot. Nur eine schwere Rüstung. Und das sollten wir uns nicht zumuten. Ah, Dietriche. Ah, wir sollten keine Dietriche bei ihm kaufen. Das ist ein wenig zu... ähm... verfänglich. Wer weiß, was er den Wachen noch alles erzählen wird. Also gut. Es würde 51 Draken kosten. Versuchen wir es mal mit 50. Ah, vielen Dank. Und beerdet uns bald wieder. Ah, sehr schön. Die Rüstung ziehen wir später an. Verstauen wir erst mal. Ich hoffe, ihr verlangt nicht zu viel meiner kostbaren Zeit. Nee, nee. Wir sind schon fertig. Und hier oben geht's wohl weiter? Ah. Erzählt eure Geschichte. Hallo. Ihr schaut aus, als ob ihr einen Freund gebrauchen könntet, Fremdländer. Vielleicht kann ich euer Freund sein. Ich möchte euch bitten, mir zu helfen, etwas Gold zurückzuholen. Ah, das klingt profitabel. Das ist richtig. Mich hat neulich beim neuen Loch das Glück kurz verlassen und ich habe eine Menge Gold verloren. Ah. Wir werden bestimmt nicht deine Spielschulden begleichen. Normalerweise hätte ich genug. Wir haben immer ein paar Draken in der Tasche. Die Einheimischen bezahlen für unseren... Schutz. Oh, sowas kennen wir nur zu gut. Aber ich weiß, dass einige mich hinhalten. Besonders dieser kleine Bastard Fargos. Die letzten Male hat er immer sehr wenig herausgerückt. Ich weiß, dass er es irgendwo hat. Ich möchte, dass ihr Fargos Versteck findet. Hm. Ich weiß, dass dieser Abschaum irgendwo in der Stadt ein Versteck hat. Bin mir nur nicht sicher, wo. Ich habe schon sein ganzes Haus abgesucht. Dort versteckt er es also nicht. Geht und findet heraus, wo er sein Gold versteckt. Wenn ihr es ergründen könnt, gebe ich euch einen Teil ab. Wollt ihr es wagen? Ja, auf jeden Fall. Die Frage ist nur, ob wenn wir es finden, es ihm hier geben oder nicht. Hm. Ja, vielen Dank schon mal für die Information. Auch wenn wir nicht wirklich weitergekommen sind, wir wissen ja immer noch nicht, wo es ist. Sagen wir es mal, wir werden es tun. Ausgezeichnet. Und hier ist, was ihr für mich tun sollt. Ich bin mir nicht sicher, wohin er geht, aber ich weiß, dass er nachts in der Stadt umherwandert. Beobachtet, wo er sich herumtreibt. Der beste Beobachtungspunkt ist der Leuchtturm im Süden der Stadt. Von dort aus habt ihr einen guten Überblick über ganz Seydanin. Wenn ihr ihn genau im Auge behaltet, dann bin ich mir sicher, dass ihr herausfinden werdet, wo er das Gold versteckt hat. Hm. Das klingt nach einem Plan. Jetzt müssen wir nur noch die Zeit totschlagen, bis es spät wird. Hm. Na gut. Hören wir uns hier mal ein bisschen weiter um. Nun, hallo, Markus Sittikus. Ich bin Rafflot der Prahler. Dies ist Seydanin, die Hauptstadt des Sumpffiebers. Ja, die Dame draußen hat auch schon so gehustet. Ihr Schätze, ihr fragt euch, was hier vor sich geht. Ich kann euch sagen, wo die Dienste sind. Es gibt nicht viele. Und ich kann euch die neuesten Gerüchte erzählen. Wenn ihr sie nicht bereits gehört habt. Dann sagt uns mal, was für Dienste hier angeboten werden. Nahrungsmittel, Zimmer und Waren bekommt ihr in der Rillis Handelshaus. Dort werdet ihr auch die finden, die Ausbildung anbieten. Sonst gibt es hier in dieser Amensiedlingssiedlung nicht viel an Diensten. Okay. Neueste Gerüchte? Ich habe gehört, dass es oben auf der Eisfalterfestung Ärger gegeben hat. Nie davon gehört? Sie ist auf einer Insel namens Solstein, nördlich von Wartenfell. Ähm. Joa, interessiert uns nicht wirklich. Können wir die ein wenig schmeicheln? Ja, hat anscheinend geklappt. Dann erzähl uns doch mal ein kleines Geheimnis. Wenn euch jemand zuerst angreift, so habt ihr das Recht, euch zu verteidigen. Wenn ihr jemanden zuerst angreift, so berechtet ihr das Gesetz. Hm. Na gut, das war nicht wirklich ein Geheimnis. Das war so eine Menschenkenntnis. Vielleicht einen kurzen Ratschlag. Wisst ihr überhaupt nichts über Abenteurer? Hier sind ein paar Grundlagen. Reist mit leichtem Gepäck. Lauft wie ein Kaguti. Was auch immer ein Kaguti ist. Schnüffelt nicht in Löchern herum, solange ihr nicht wisst, was ihr tut. Benutzt euren Verstand. Das ist wirklich ein guter Hinweis, auch wenn wir das so oder so gemacht hätten. Hm. Was kannst du uns über Wadenfell sagen? Der Wadenfell-Distrikt umfasst die Insel Wadenfell, eine große Landmasse, die vom Roten Berg, einem riesigen Vulkan, überragt wird. Und vom Festland Morrowinds durch die Fluten des langen Meeres getrennt ist. Der Teil des Padomaya-Ozeans, der sich nördlich von Wadenfell befindet, wird Geistermeer genannt. Hm. Wadenfell-Distrikt? Der Wadenfell-Distrikt ist einer der sechs kaiserlichen Verwaltungsbezirke von Morrowind. Er umfasst die Insel Wadenfell mit ihren Kaiserlichen und Fürstenhaussiedlungen, sowie die Stadt Vivek, die vom langen Meer umgeben und vom Roten Berg, dem gewaltigen Vulkan und seinen Aschenwüsten dominiert ist. Ha. Also wir sind auf der Insel Wadenfell. Im Wadenfell-Distrikt von Morrowind. Nun gut. Das soll auch erstmal reichen. Geografie interessiert uns nicht ganz so sehr. Ich bin Tandram Andalen. Willkommen im wunderschönen Seydanin, dem Tor nach Morrowind. Höre ich da Sarkasmus? Such dir jemand Bestimmten? Eigentlich nicht. Eigentlich wollen wir dich nur kurz bewundern. Und dann noch ein kleines Geheimnis fragen. Dedra? Ihr wisst, was das sind, ja? Nun, dedrische Schreine sind dort, wo Dedra-Kulte Dedra verehren. Die finsteren Gestalten, die die heimtückischen Dedra beschwören, bleibt ihnen fern. Warum? Weil Dedra garstig sind und die Leute, die sie anbeten, sind noch viel garstiger. Na gut, nicht wirklich interessant für uns. Wer bist du? Also, Markus Sittikus. Ihr seid neu in Seydanin und möchtet ein bisschen Hilfe, um euch hier zurechtzufinden? Gute Idee. Sprecht weiter. Fragt frei heraus. Möchtet ihr wissen, welche Dienste der Ort zu bieten hat? Ne, das wissen wir schon. Wir sind da, wo es alle Dienste gibt. Sucht ihr einen bestimmten Ort? Sucht ihr einen bestimmten? Oder braucht ihr einen kurzen Ratschlag? Was auch immer es sein mag, ich helfe gern. Erstmal ein wenig einschmeicheln und dann nach einem Ratschlag fragen. Es befinden sich einige vergessene Ahnengrüften hier in der Gegend. Die Dorfbewohner mögen es zwar nicht, aber es lassen sich dort manchmal nette Dinge finden. Geister und die Wächter der Geister der Ahnen sind gefährlich. Ha, da sagt er was. Ahnengrüfte, hm? Also das Imperium scheint nicht wirklich ein Problem damit zu haben. Nur die eingeborenen Dunkelelfen. Ja, vielen Dank. Und du musst dann die Kundschafterin sein. Nur zu, ihr stört keineswegs. Ich bin ne Lone, Kundschafterin. Soll ich euch den Weg weisen? Pelagiat, Balmora, Caldera, Ebenherz, wir weg. Aber, äh, wir suchen eigentlich einen Weg nach Balmora, aber werden wahrscheinlich eher den Schlickschreiter nehmen. Sofern wir dafür noch die Münzen haben. Weil jetzt so quasi unrausgewusstet durch die Wildnis zu ziehen, wäre bestimmt keine gute Idee. Deswegen erzähle uns lieber mal die neuesten Gerüchte. Ich habe gehört, dass der Steuereintreiber Prosseus Vitellius vermisst wird. Ich kann nicht behaupten, dass mich das überrascht. Er war hier nicht wirklich sehr beliebt. Hm. Na gut. Ein kleines Geheimnis nach einer Schmeichelei vielleicht? Nö, nichts Wichtiges. Na gut, dann halt raus hier. So, schauen wir uns in der Stadt an sich mal ein wenig um. Auch wenn das ja als Stadt zu bezeichnen ein wenig komisch wäre. Aber wir müssen halt Zeit totschlagen, bis es Nacht wird. Und wir sollten herausfinden, wer Phragos ist. Sonst wissen wir ja nicht, wie wir beschatten müssen. Hier ist wohl schon Ende. Hm. Kannst du uns helfen? Ich bin Offizier und kämpfe für die kaiserliche Legion. Und jetzt geht weiter. Das ist aber nicht sehr nett. Sagt, was ihr wollt, Kaiservolk. Die Schmeichelei könnt ihr euch sparen. Allzeit bereit. Na gut. Noch mehr Hütten. Aber nein. Da ist dieser Schlickschreiter. Bei so einer Art Plattform. Hm. Und in der Nähe von der Plattform sollte diese... Lagune oder was sein mit den Schmuck landen. Bist du Phragos? Ja, was wollt ihr? Wenn ihr vorhabt, Seydanin zu verlassen, so werde ich euch gerne einen kurzen Ratschlag geben. Eigentlich suchen wir jemand Bestimmten. Der Altmar Arille betreibt Arilles Handelshaus. Socius Ergalla ist der oberste Agent des Zensus- und Steueramtes. Das hilft mir nicht wirklich. Bist du Phragos? Seid ihr der, der das Boot berachte? Seltsam, ein Boot zu dieser Tageszeit. Ich hoffe, das Kaiservolk hat euch gut behandelt. Könnte schwören, dass sie mir meinen Ring gestohlen haben. Hm. Deinen Ring? Ich könnte schwören, einander Wachen hat ihn. Letzte Woche, vor ihrer allwöchentlichen Ärgern-Wir-Fahr-Gott-Ritual, hatte ich ihn noch. Ein Heilring mit Gravur. Ein Erbstück meiner Familie. Ihr habt ihn wohl nicht zufällig gesehen? Ähm. Wir haben da einen Ring gefunden. Das wird dann wohl seiner sein. Ein gravierter Heilring. Das klingt doch sehr praktisch. Oh nein, tut mir leid. Ich habe keinen Ring gesehen. Mist. Nun, wenn ihr ihn seht, lasst es mich wissen. Es ist ein gravierter Ring der Heilung. Ich weiß, er muss dort irgendwo sein. Ja, irgendwo da drin ist er bestimmt. Also, das ist jetzt dieser Phragos. Ihn müssen wir also im Auge behalten. Hm. Wir könnten uns bei ihm einschmeicheln. Auf jeden Fall, auch wenn wir ihm den Ring geben würden. Aber den Ring würden wir schon ganz gerne behalten. Na gut, versuchen wir es mit der Schmeichelei. Gute Ansichten, Abenteurer. Jedoch bezweifle ich, dass ihr sie ehrlich meint. Hm. Das klappt also auch nicht. Dann erzähl mir doch mal etwas über deinen Beruf. Ich gehöre zum gemeinen Volk. Ich mache, was getan werden muss. Kochen, putzen, bauen, backen und so weiter. Euer Akzent verrät mir, dass ihr ein Fremdländer seid. Dass ihr ja Neuche seid, kann ich vielleicht etwas über die Gegend erzählen. Na nö, da haben wir schon in der Taverne genug gehört. Das heißt, wir verabschieden uns erstmal. Und gucken uns dann bei diesem Leuchtturm um. Von da oben sollen wir ja den besten Blick haben. Du hast so komisch gehustet. Ich will kein Sommervieh-Bahn-Gesteck bekommen. Was sind das für kuriose Pilze? Hm. Und das ist ein ganz schön kleines Dock. Warum wurden wir gerade hierher geschafft und nicht in eine größere Stadt? Hm. Wahrscheinlich sind wir hier am nächsten an diesem Chaos Corsades. Na gut. Klopfen wir hier mal an. Jo. Hallo. Ihr seid neu in Seldanin, oder? Ich bin Tavere Vardano. Sicherlich habt ihr Fragen. Fragt nur. Ich habe viel Zeit. Fragen wir nach jemand Bestimmten. Erzählt sie uns nur von dem Hochelfen. Die neuesten Gerüchte? Man hat mir mitgeteilt, dass das Kaiserreich die Genehmigung erteilt hat, auf der Insel Solz deinen Bergbau zu betreiben. Warum jemand da hingehen solle, ist mir unbegreiflich. Dein Beruf? Sie gehört zum Gemeinen Volk. Ein bestimmter Ort? Es gibt hier nicht viel. Arilles Handelshaus, das Zensus- und Steueramt. Dazu gehören auch die Küstenwache. Und ein Leuchtturm, wo wir gerade drin sind. Das war's auch schon. Der Schlick-Schreiter-Fährdienst führt bis Vivec, Balmora, Genestes und Suran. Die Straße führt in Richtung Norden an Pelagiat vorbei. Pelagiat hatten wir auch schon gehört auf der Wegbeschreibung. Auf dieser ziemlich langen Wegbeschreibung. Daneben sollte auch eine Festung sein. Wahrscheinlich von der Legion. Also Richtung Norden nach Pelagiat vorbei, nach Balmora, in Richtung Süden nach Vivec und in Südosten nach Ebenherz. Hm. Na gut. Dann fragen wir noch ganz kurz, ob wir uns auf dem Leuchtturm ein wenig umsehen dürfen heute Abend. Das finde sie zwar etwas skurril, aber... Sieht keinen Grund, es uns aufzuschlagen. Das heißt, wir gucken mal kurz nach oben. Ah. Hm. Ein recht großes Buch, aber es wird zu auffällig. Und hier hoch. Hm. Also ja, man hat eine sehr gute Aussicht. Ja, man wird auch recht leicht gesehen. Das heißt, wir müssten uns wahrscheinlich hier unten verstecken. Können wir Phagos von hier überhaupt sehen? Nee. Oder ist er das da hinten? Nein, das ist ein dunkler Elf. Ja. Na gut. Also wir treiben uns jetzt eine Weile in der Stadt rum. Und kommen dann ein paar Stunden hierher zurück. Und inzwischen ist es auch schon dunkel geworden. Wirklich, viele haben in der Stadt auch nicht so etwas rausbekommen. Aber wir schauen einfach mal. Oh, das da könnte Phagos sein. Mit einer Fackel in der Hand. Nicht besonders gut, um sie zu verstecken. Aber wir sollten auch schön im Schatten bleiben. So. Also, wo geht er lang? An der Stadtmauer entlang? In unsere Richtung. Das ist gar nicht gut. Aber er dürfte uns nicht sehen. Komm schon, Dreh um. Oder versteckst du dein Geld hier beim Leuchtturm? Nee, anscheinend nicht. Außer hat er oben beim Boden irgendwas gemacht. Da hinten bei dem Baum vielleicht? Ja, das sieht gut aus. Also er hat einmal da an der Stadtmauer. Oder besser gesagt Hausmauer. Länger vorbei. Vielleicht da irgendwas in die Steine gedrückt. Denn bei dem Baum war er. Und ist er da gerade in den Teich gelaufen? Na gut. Also. Mauer. Baum. Irgendwas im Teich. Da ist was drin. Ist das ein Baumstumpf? Das wird dann wahrscheinlich da sein. Warum wäre sonst ins Wasser gelaufen? Mitten in der Nacht. Das muss ja eklig sein. Das müssen wir gleich auch machen. Na gut. Er ist wieder weggezogen. Das heißt. Wir laufen einfach mal runter. Versuchen die gute Dame nicht zu wecken. So. Und raus hier. Also gucken wir uns zuerst mal die Mauer an. Schön darauf achten, dass er nicht in der Nähe ist. Da hinten ist noch eine Wache. Und er scheint zu einem der Häuser außerhalb zu laufen. Sehr gut. Also Stadtmauer. Wäre auch zu auffällig mit den ganzen Wachen hier. Dann waren wir noch hier bei dem Gebüsch. Und dem Baum. Da sind noch diese komischen leuchtenden Pilze. Und das Ding da. Sollen wir jetzt da einfach rein stampfen? Lungern wir erstmal hier ein wenig rum. Gucken bis die Damen da weg gehen. Und gehen dann ganz schnell links da rein. Und ja. Das sieht sehr gut aus. Einen Dietrich. Die nehmen wir auf jeden Fall mit. Und einen Beutel mit Draken. Und gleich wieder weg. Ach. Das war eklig. Aber gut. Wir haben 300 Draken. Und einen Dietrich. Jetzt ist die Frage, ob wir die Draken nehmen. Und zu dem Nord in der Taverne bringen. Oder ob wir sie einfach behalten. Also er weiß nicht, dass wir sie gefunden haben. Fargos wird irgendwann merken, dass sein Gold weg ist. Aber Fargot wird denken, dass der Nord sich die gekrallt hat. Ich denke, wir gehen einfach nach Balmora. Und wenn wir das nächste Mal diesen Nord treffen, zucken wir einfach die Schultern und sagen, wir haben keine Ahnung. Wir konnten leider nichts finden. Ja, das klingt nach einem Gutplan. Gut. Aber wir legen uns mal kurz an den Stein hier. Und ziehen unsere Rüstung nach und nach an. So, das sieht doch gleich wesentlich abenteuerischer aus. War es gar nicht ganz schön spät. Eigentlich würden wir gerne schlafen. Aber das können wir vielleicht auch in diesem Schlickschreiter. Auch wenn das bestimmt sehr ungewöhnlich ist. Warum gehen, wenn ihr auch reiten könnt? Richtig. Das ist also Balmora. Wir sollten uns zuallererst eine Herberge suchen. Es ist schon viel zu spät. Auch wenn der Tag sehr profitabel war. Eine Ratstaverne. Das klingt doch gut. Kenne ich euch nicht? Äh, nein, ich denke nicht. Gibt es hier Zimmer? Guten Tag, ich bin Banor Seran. Wirt der Ratstaverne hier in Balmora. Wir vermieten Betten. Und ich biete auch eine begrenzte Anzahl an Waren an. Wenn ihr neu hier seid, kann ich euch auch sagen, wo andere Dienste und so weiter sind. Wir hätten gerne ein Bett. Hm, ja, es ist eins frei. Das macht zehn Draken für den Rest des Tages. Oh, gerne. Sehr gut. Geht die Treppe hinunter. Das Zimmer auf der rechten Seite ist das eure. Ich würde das linke Zimmer meiden. Der Mann dort möchte ungestört bleiben. Ja, das wollen wir auch. Also Treppe runter, rechtes Zimmer. Kenne ich euch? Warum sagen das hier alle? Nein, ihr kennt uns nicht. Schnell rein da und abschließen. Danke. So. Sehr schön. Also der Tag war sehr profitabel. Wir haben einen magischen Ring gefunden, der anscheinend Heilwirkung hat. Wir konnten uns eine Rüstung kaufen und ein etwas rambuliertes Schwert. Und wir haben 300 Draken ergaunern können. Sehr schön. Die verstauen wir auch erstmal an unserem Körper. Wir werden hier nichts liegen lassen. Das würde sonst bestimmt geklaut werden. Und schlafen erstmal. das mal. Das war dran.